Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Bär. Geniessen Sie cremige Rezepte mit Bär Camembert. Bär, cremiger Genuss seit 1922. Schau jetzt fast rein. Schau, wir fass da noch rein. So. Jetzt gibt es vier Fölle. Ist gut? Also, wir starten. Es ist uns eine grosse Ehre, dass wir heute Thomas Zurbuchen hier bei uns haben. Er ist der wissenschaftliche Direktor der NASA und ist damit auch Herr über 7 Milliarden Dollar. Er hat hier studiert und dann beschlossen, in die USA zu ziehen. Es ist eine kleine Bühne für Thomas Zurbuchen, den Forschungsdirektor der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Zurbuchen gilt als einer der mächtigsten Wissenschaftler weltweit. In seiner Wahl Heimat Amerika verkehrt er mit den höchsten Politikern, wie hier mit dem Vizepräsidenten Mike Pence bei der Besichtigung einer Weltraumsonde. Auch in der Schweiz kommen inzwischen viele Menschen zu seinen Auftritten. Ein Bildbuchkarriere, die jedoch nicht nach den Vorstellungen seiner Eltern verlief. Was meint ihr? Bei meinen Eltern waren die heute hier. Ich habe es nicht an. Nein. Meint ihr, sie waren ja nicht gekommen? Meine Geschwistern sind auch nicht da. Wenn ihr in der Uni hießt, waren sie Promotionsführer oder so auch nicht da? Nein, sie waren nicht da. Nein. So eine Freundin war für sie. Ich sage immer, wir sind zwar im gleichen, hier nicht, aber in der anderen Welt. Und? Nicht nur seine Karriere, auch seine Biografie ist aussergewöhnlich. Aufgewachsen ist er im Bergdorf Heiligen Schwendi im Berner Oberland. Sein Vater war strenggläubiger Prediger in einer Freikirche. Sohn Thomas hätte in seine Fussstapfen treten sollen, aber er wählte einen ganz anderen Weg. Er entschied sich für die Wissenschaft. Hallo! ... Musik ... Sie waren ja hier vor kurzem Bundesratswahlen. Wisst ihr, wer das ist? Irgendeine, die nicht Englisch kann. Haben Sie zwei Freude? Oh ja, sicher? Ah, okay, super. Früher habe ich natürlich alle Bundesräte gekannt, jetzt nicht mehr so viel. Aber wie fühlst du dich so in der Schweiz? Ich meine, immer, wenn ich hier bin, fühle ich mich immer zu Hause. Es ist nicht so, dass ich ... Ich bin über 20 Jahre weg, aber ich kenne noch alles. Was muss ich denn? Ausweis zeigen? Das ist ein Führerausweis, oder? Keine bessere Eide. Das ist ein samtliches Dokument? Ja. Vom Staat Virginia in Amerika? Ja. Ah, ich habe kein Schweizer Dokument. Ah, das hier. Das hier. In Amerika bin ich es natürlich gewohnt. So ein Politiker, so ein Köriger. Ja. Ja, eben. Ja, ja. Wenn ich arbeiten gehe. Also wenn ich mit dem Schweizer Führerausweis oder Permi ... Keine Chance. Also wir müssen die Woche vorher anmelden, dass alles sicher ist. Und dann ... Nein, das gibt es ja schon. Im Medienzentrum des Bundes findet unser erstes Interview statt. Das zu organisieren hatte Wochen gedauert. Rund 20 Personen kümmern sich um zur buchensvolle Agenda. Er ermöglicht faszinierende Einblicke in die Weltraumforschung. Und das ist gefragt. Also für mich geht es wirklich darum, besser zu verstehen, wie die Natur funktioniert. Also für mich ist Natur eine der schönsten und wichtigsten Sachen in unserem Leben. Man merkt, dass man auf einem Werk oben steht. In der Schweiz. Man sieht, dass es wichtig ist. Es ist schön. Unglaublich schön. Und jene, die Forscher machen, eine Forscher wie ich, sieht die Schönheit noch viel mehr. Noch viel mehr Dimensionäre dieser Schönheit. Also die Geheimnisse vom Universum. Wir wollen zum Beispiel herausfinden, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Und die Art und Weise herausfinden ist, andere Orte anzuschauen, in denen leben kann. Z.B. Mars, der frühen Mars. Oder eben Gebiete im äusseren Sonnensysteme oder andere Planeten und andere Sterne. Einen der bisher aufregendsten Momente seiner Karriere hatte Zurbuchen am 26. November 2018. Die Landung der Weltraumsonde Inside auf dem Mars. Nach einer sechsmonatigen Reise und rund 300 Mio. Meilen durch das Weltall hat die Raumsonde Inside ihr Ziel erreicht, den roten Planeten Mars. Auf dem Mars zu landen ist immer schwierig. Über die Hälfte der Versuche sind gescheitert. In einer halben Stunde ist die Landung. Menschen weltweit schauen dem Ereignis live zu. Es gibt an vielen Orten Watchpartys, sogar vor der Küste von Madagaskar. Wir wissen, wir nehmen riesiges Risiko. Aber die Tatsache ist, wir machen es vor allen Kameras. Und das ist wirklich etwas, woran wir glauben. Unsere Arbeit soll die Leute inspirieren und die ganze Welt um. Da müssen wir den Mut haben, zu zeigen, dass es schwierig ist und sogar zu zeigen, dass es manchmal nicht funktioniert. Diese Computeranimation zeigt, wie die Landung aussehen könnte. Standing by for parachute deploy. Nach dem Eintritt in die Marsatmosphäre wird der Roboter mit Hilfe von Fallschirm und Bremsraketen abgesenkt. Ein hoch riskantes Manöver. Altitude 600 m. Gravity turn. Altitude 400 m. Es ist unglaublich stressig auf der einen Seite und es ist unglaublich schön auf der anderen Seite. Die Frage ist, ob es in die letzten sieben Minuten geht in die Richtung. Sieben Minuten. So lange sind die Steuerungsbefehle vom Kontrollzentrum bis zum Landemodul unterwegs. Man kann es nicht mehr machen. Er fliegt auf den Mars und das Einste, was wir hoffen, ist, dass er landet. Mit all den Systemen, die wir hier und an anderen Orten testen, dass er nicht einen Krater macht. 200 m. 80 m. 80 m. Touchdown confirmed. Beim Buttele Änderung Applaus Am Marsland ist unglaublich viel schwieriger, als alle anderen Landungen. Wenn es nicht geklappt hätte, was hätte das geheissen? Wir hätten alle Reden bereit. Wir wären sofort an die Kamera gestanden, als sie gesagt hätten. Was wir machen, ist schwierig. Ab und zu wird es nicht gehen. Wir werden daraus lernen und dann zurückgehen. Wie viel Geld hätte ihr in das Amt gesteckt? 700 Mio. Probleme gibt es aber durchaus. Die Bodenbeschaffenheit auf dem Mars ist offenbar ganz anders als erwartet. Ein Instrument des Inside-Roboters, genannt hämmernder Maulwurf, hätte für Messungen bis zu 5 m tief gelangen sollen. Bis jetzt hat man aber nur wenige Zentimeter geschafft. Das Wald ist unendlich. Woher die Never-Vorstellungskraft läuft das Wald an? Für mich ... Ich bin auch ein Mensch, wie alle anderen. Für mich gibt es immer Grenzen der Vorstellungskraft. Ich denke immer an die Umgebung der Welt, die nicht aufhört. Ich stelle mir immer vor, wie wenn ich frei fallen würde, auch für immer frei fallen würde. Auch wenn ich mein ganzes Leben und das Alter des Universums durch frei fallen würde, bin ich nicht am Ende des Universums. Und wenn ich mir noch den Freifall vorstelle, was ist das für ein Gefühl? Ein Gefühl von Freiheit, aber auch ein Gefühl von Unendlichkeit. Also wirklich, wirklich gehen lassen lassen. Also wirklich für mich das Universum ist so viel mächtiger, als was man uns auch vorstellen kann. Es gibt so ein Experiment, das wir gemacht haben, das wir in dunkelsten Orten im Himmel geschaut haben. Wir haben einfach ein Teleskop hergestellt und gewartet und für Tage einfach leicht gesammelt. In diesem Bereich haben wir, also in einem ganz, ganz kleinen Winkel, über 6'000 neue Galaxien gefunden. Also wo immer wir im Himmel schauen, haben es Tausende Galaxien, die auch schwächer sind, als wir unser Sohn sehen können. Also das Universum ist viel, viel reicher, als man je denkt. Überall, in jedem Winkel des Himmels, haben es Tausende Galaxien. Mhm. Surbuchen hat seit Jahren auch den amerikanischen Pass. In der Schweiz ist er meist nur mehr zu Besuch. Aber auch in dieser Zeit ist der Astrophysiker fast ständig als NASA-Missionar unterwegs. Z.B. in der ETH Zürich. Hier bei einem Auftritt zusammen mit dem Schweizer Astronauten Claude Nicolier. Das ist ein absolut zu laut. Okay, super. Das ist fast letzte Woche vor Weilanden. Und die Studierenden haben Deadlines und alles andere. Aber doch kommen sie, weil sie wissen, dass sie Professor Nicolier und Dr. Professor Thomas Zürbuchen hier bei uns sind. Er ist ein unglaublicher Kommunikator. Ja, das freut wir uns. Auch hier ist die Landung der Mars-Mission inside ein Thema. Die ETH hatte dafür an geophysikalischen Instrumenten mitgearbeitet. Menschen wie ihr können in guten Teams solche unglaublichen Dinge schaffen. Dinge, die noch nie jemand erreicht hat. Darum geht es. So entdecken wir die neuen Ufer des Kosmischen Ozeans. So gehen wir ins All immer tiefer. That's how we go deeper. Auftritt in einem Berner Gymnasium. Surbuchen redet über den Nutzen von Wettersatelliten. Z.B. wenn grosse Wirbelstürme im Anmarsch sind, wie Hurricane Florence 2018 in den USA. Tatsache ist, dieser Sturm hat Hunderte von Menschen getötet. Und wenn es nicht wegen unserer Voraussage wäre, weil es waren Zehntausende von Menschen getötet. An der Uni Bern wird er mit einem Preis geehrt. Ein ehemaliger Lehrer nennt eines von Surbuchens Erfolgsrezepten. Das Networking. Ich wusste natürlich schon immer, wie man mit den richtigen Leuten die richtigen Beziehung geht. Ist das wahr? Ja, danke. Surbuch und Auftritte haben stets etwas Amerikanisches an sich. Auch dann, wenn er Schweizerdeutsch spricht. Was macht denn jetzt eigentlich der Forschungsdirektor von NASA? Im Messendlichen habe ich Meeting vom 8.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Jede halbe Stunde kommt jemand rein und ich treffe mich mit NASA. Ja, das mache ich. Aber was ich wirklich mache, ich habe 107 Missionen. Teilen sind im Fliegen, Teilen entwickeln wir. Und ich bin zuständig für jede wichtige Entscheidung. Ob wir sie machen, ob wir sie in den Raum hochschiessen, ob wir sie abstellen, all diese Entscheidungen kommen zu mir. Und ich bin unglaublich froh, dass ich dort bin. Und offen gesagt, niemand sei zu langsam mit Bern. Gibt es den Surbuch für euch den Satz, das geht nicht? Nein, das Wort Nein habe ich nicht gegeben. Also absolut, ich hasse es. Und wenn jemand eine Mauer vor mir herstellt, dann versuche ich es reinzuecklen. Dann kommt der Oberländer mit den Märktenkringen. Aber nein, wir können das nicht. Nein, das gibt es nicht. Vielleicht noch nicht. Aber nein, das akzeptiere ich nicht. Ein seltener Besuch in seinem Geburtsort Heiligenschwendi. Hier ist er in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wie ist es für Sie hier? I'd love to visit. Es ist schön, hier zu besuchen. Und ja, nein, es ist wunderschön. Schön. So. Das ist total anders, als ich aufgewachsen bin. Total anders, wie an der Nähe von Chicago. Meinen Sie, er ist geprägt durch das hier? Geprägt? Was ist geprägt? You think he was formed by this? Ah. Yeah, definitely. Absolutely. Oh ja, ganz sicher. Er ist, wer er ist, weil er hier aufgewachsen ist. Yeah, absolutely. Wie meinen Sie das? Ich denke bei aller Liebe, dass Thomas ein recht sturer Mensch ist. Er ist einer, der sich durchsetzt und selten nachgibt. Er weiss, wohin er will und wie er dort ankommt. Er gibt nicht auf. Ich denke, das kommt von der Zeit, als er noch hier oben lebte. Ich bin ein paar hundert Meter ins Loch ab, die erste bis zur vierten Klasse. Die ersten zwei Jahre sind ein bisschen höher gewesen. Ich konnte schon lesen, als ich gekommen bin. Und dass die Lehrerinnen und Lehrerinnen und Lehrerinnen und Lehrer wussten nicht, was sie damit machen sollen. Aber dann ... Auf einer anderen anderen abgeschlagen haben wir alle die Bauerngeilen. Das war eine ziemlich interessante Zeit. Wie meint ihr? Untereinander? Untereinander. Ich war halt einer der Grössten. Gegen mich schon. Aber ich war der, der hier Probleme geschaffen hat. Und dann war es mir einfach langweilig. Dann sind wir vier Jahre in Donneritsch und dann auf Heunibach jeden Tag runtergelaufen. An den Seen, durch den Abo-Abo, an den Seen. Und dann ... Es ist nicht gut. Heunibach hat reiche Leute, und wir oben waren nicht reiche. Es war schwierig. Dann ist es am Elternabend. Einer der Lehrer sagte, die Leute hier oben sind nicht unglaublich intelligent. Schau nur die Eltern an. Du siehst, dass sie nicht schlau sind. Und das haben die Schüler auch gemerkt, dass die Lehrer das denken. Ja. War das eine Motivation für das Leben? Ja, absolut. Der grösste Schritt für mich war, dass ich ins Gymnasium ging. Niemand in meiner Umgebung ging ins Gymnasium. Als ich das Erklärer sagte, er will gerne ins Gymnasium, hat er mir abgeraten. Er sagte, er sei wahrscheinlich nicht intelligent genug. Aber übrigens, als ich dann bei Professoren war, habe ich manchmal eine Karte in der Käserei abgegeben. Es ist so aus dem gegeben. Mit vielen Grüssern. Aber die Tatsache war ja ... Als ich dann immer bekam, habe ich so viele Dinge über Geschichte gelehrt, über andere Menschen, über andere Geschicksale. Und für mich war das ein riesiger, so ein mentaler Schreck. Für mich auf Thunabend war das viel der grösste Schreck als von Thun auf Amerika. Es waren schöne Kinder in einer kleinen Umgebung. Ich habe alle Leute gekannt. Wenn ich auf die Strasse aufgelaufen bin, wo ich einen Steig schoss, ohne ihn nicht zu sollen, wussten, dass ich das gemacht habe, bevor ich nach Hause kam. Denn der, der in die Strasse abgefahren ist, rief den Eltern an. Jeder hat auf uns aufgepasst. Er war eine ganz religiöse Umgebung in meiner Familie. Mein Vater war Evangelist in einer Freikirche. Aber Tatsache war für mich ... Schon als kleiner Junge wusste ich immer, dass ich von dort weggehen würde. Ich habe mich besinnt, als ich die Sterne angeschaut habe, mir vorgestellt, wie sich das aussehen würde, wenn ich an einem anderen Ort die Sterne angeschaut habe. Vor allem an einem anderen Ort auf der Erde, wo immer das ist. Als er von hier oben wegging und einen Weg als Wissenschaftler einschlug, folgte auch eine innere Distanz zu seiner Familie. Auch die Beziehung zu seinem Bruder und den beiden Schwestern habe darunter gelitten. Nicht zuletzt, weil Thomas die religiöse Gemeinschaft seines Vaters verliess und den Gottesdiensten, den sog. Versammlungen, fernbleib. Seine Eltern hätten seine Karriere nicht aktiv behindert, aber diese oft nicht verstanden. Mit seinem Vater sei es erst kurz vor dessen Tod zu einer Aussöhnung gekommen. Aber jahrelang hattet ihr keinen Kontakt? Nein, ich war selten mehr hier. Jede Generation hat das gleiche Problem. Die Frage ist, ob die Kinder machen, was die Eltern wollen, oder nicht. Und ihr habt nicht das gemacht? Nein, absolut nicht. Ich bin das verlorene Schaf. Das Problem war, dass ihr weggegangen seid oder dass ihr Wissenschaftler wurde? Es gehört alles zusammen. Es ist einfach das Weggelaufen vom Zentrum. Das Zentrum ist ... In so einer Gemeinde ist hier, also das religiöse Zentrum. Mit meinem Vater war es hier. Das Lebenszentrum ist hier. Und das Weggelaufen von dem ist für viele Verlögen von dem, was man ist. Und das ist eine negative Sache. Das Ganze ist so, dass man auf einander aufpassen. Es ist alles positiv. Es ist hier und das Schönste. Wieso sollte man an einen Ort hin? Es ist doch hier die Schönste auf der ganzen Welt. Einfach mein Leben hat nicht einfach hier reingepasst. In allen Dimensionen. Vielleicht die Umgebung, die religiösen Dimensionen. Alle Sachen waren etwas schwieriger. Ich habe vielleicht zu viele Fragen gestellt. Und die falschen? Ja, die falschen Fragen. Ich meine, Wissenschaftler sind Zweifler von Anfang an. Die Zweifel haben alle zusammen. Wissenschaftler sind nicht Gläubige, sie sind Zweifler. Und die Umgebung hier war mehr Vergläubige. Zurbuchen zu Besuch in seinem Elternhaus. Was ich erst später erfahre, seine Mutter leidet hier bereits an einer Krebserkrankung. Hallo. Dann muss er sagen, was du willst und was du nicht willst. So hat er immer geschlafen. Er schläft heute noch so. Das war das Beste, was Daniela hat. Wattepfinken und Küffel drin gesteckt. Oh. Nein, aber sonst ist er eigentlich feinfühlig. Sehr feinfühlig. Okay. Aber wir sehen es gerade nicht im Aussen. Es war schon gut. Wir konnten es gut zusammen. Ja, absolut. Was ist das? Das ist der Vater? Das ist der Vater, genau. Er ist dieses Jahr gestorben. Ja. Es sind 450 Leute an die Beerdigung gekommen. Und auch, wie ich sagte, er hat ihr Leben verändert in einer positiven Art und Weise. Er und ich hatten nicht immer 100%ig die gleiche Meinung. Aber Tatsache ist, wenn meine Beerdigung einmal ist, auf 450 Leute kann man sagen, dass man etwas Gutes in meinem Leben gemacht hat. Es war lustig, als Chef von Amerika hat mir gesagt, das gehörst du nicht gerne, aber ich sagte, das ist das gleiche. Deine Hauptstärken sind die von deinem Vater. Alles andere in der Wissenschaft und so. Du bist gut. Es gibt viele Leute, die sind auch so gut. Aber das, was dein Vater hat, wenn er Leute hinter sich bringen kann, wenn er Leute motivieren kann, das ist das, was dich ausmacht. Ich hatte ja wirklich immer Respekt für ihn, immer. Das ist mein ganzes Leben. Also einfach ... Einfach auch ein grosses Herz gehabt. Es gibt viele religiöse Führer, die sind falsch. Wenn sie vor der Kamera stehen oder auf der Kanzlerin stehen, ist sie eine Person. Dann kann sie sagen, hey, sie sind totale Arschlöcher. Er nicht, er nicht. Es war genau authentisch. Es war immer derselbe auf der Kanzlerin. Es war immer das Gleiche. Es probiert, das Beste zu machen. Manchmal ist es fast verzweifelt dran. Manchmal war es schwierig, weil er so viel vorgesehen war. Ja, er war fast nie hier. Manchmal hatte ich wenig Zeit für unsere vier Kinder. Ja, ich war mit dem Zelt den ganzen Sommer unterwegs. Was hat man mit dem Zelt? Ein Missions-Zelt. Was heisst das? So ein Zelt gestellt mit Plachen und einer Orgel drin, mitten auf einer Matte eines Bauers. Und dann ... Und dann hatte er die Einladungen-Verteiler. Manchmal waren wir am Sonntag die Einladungen-Verteiler im ganzen Dorf. Ich sagte, komm, ich komme. Ich hörte über den Herr Jesus. Manchmal sind die Leute gekommen, aber auch viele. Er hat einfach jede Abend gesprochen und gepredigt. Ja, aber ... Wie war die soziale Presse? Es war nicht ein Plus, der Sohn von vorne? Nein, es war schwieriger. Es war viel schwieriger. Thomas ist fast am Schwenigsten. Gell, Thomas? Aber ganz im Gegenteil. Es wäre einfacher gewesen, wenn es nicht so war. Gell, Lukas ist ganz anders, der Sohn von vorne? Ja, aber er war schon von Anfang an Heli. Ja, aber ich hätte es nicht mit euch ausgehalten, wenn es noch die Zweite geben sollte wie du. Ich sage immer, wenn man so einen Zaun schaut mit Schafen. Es gibt so eine Brunne drin, dann gibt es viele Schafe. Sie sind einfach dort um eine Brunne und liegen dort. Dann gibt es immer so ein Schaf, das ist immer am Zaun. Das war ich immer am Zaun. Ich habe immer versucht, das Loch zu finden. Aber wir machen das nicht extra. Ich stehe nicht am Morgen auf und denke, jetzt muss ich eine Grenze suchen und dann weitergehen. Ich bin nicht zur NASA gegangen, weil ich immer zur NASA wollte. Ich habe drei, vier, ich war erfolgreich als Professor, als so eine Erführung von der Universität, also bekannt gewesen, die ganze Umgebung dort. Und dann hatte ich das Gefühl, ich lehre nicht mehr. Oder wenig. Dann habe ich angefangen, den Leuten zu sagen, ich suche eine Stelle. Am Schluss hatte ich zwei offene Stellen. Einer für Amazon, mit Jeff Bezos zu arbeiten. Als Innovationschef. Und das andere als Forschungschef. bei der NASA. Ganz andere Stellen voneinander. Beide sind Stellen, wo man mehr lernen kann, andere Sachen lernen, als ich schon gewusst habe. Ladies and gentlemen, please welcome the Vice President of the United States and the Chair of the National Space Council, Mike Pence. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA ist allerdings oft auch ein Spielball der Politik. Präsident Trump und sein Vize Mike Pence geben ehrgeizige Pläne vor. Die Vereinigten Staaten sind seit jeher eine Nation von ruhelosen Pionieren, die immer danach streben, neue Horizonte zu erreichen. Vor 50 Jahren war ein kleiner Schritt für einen Menschen ein grosser Schritt für die Menschheit. Jetzt ist aber die Zeit für uns gekommen, für den nächsten grossen Schritt. Wir wollen wieder amerikanische Astronauten auf den Mond schicken. Sie sollen auf dem Mond eine ständige Basis errichten und Technologien entwickeln, die dann Amerikaner zum Mars bringen. Und darüber hinaus. Astronauten auf dem Mond und dem Mars? Eine riesige Herausforderung. Hier in Kalifornien ist das Forschungszentrum der NASA für Mars-Missionen. Über 5'000 Frauen und Männer arbeiten in diesem streng bewachten Territorium für die Raumfahrtbehörde. Ein neuer Mars-Rover soll im Juli ins Weltall geschickt werden. Eine heikle Mission, auch für Wissenschaftsdirektor Zurbuchen. Darum fliegt er regelmässig von Washington nach Kalifornien. Hi. So, jetzt mal. Das ist der, der momentan auf dem Mars-O-B ist, also Curiosity. Das ist der Rover. Der, den wir bauen, sieht aus, ist ein ganz anderes Instrument. In steriler Umgebung arbeiten die Techniker am neuesten Mars-Rover. Dieser soll unter anderem Bodenproben nehmen und in Behälter abfüllen. Diese Behälter sollen eines Tages von einem Raumschiff auf die Erde zurückgebracht werden. Es wäre die erste Rückreise vom Mars. Auch die Europäer, China und die Arabischen Emirate wollen dieses Jahr Mars-Missionen starten. Die Zeit ist knapp. Klappt es im Juli nicht mit dem Raketenstart, muss man zwei Jahre warten. Erst dann stehen Erde und Mars wieder so günstig zueinander. Betreffend der fehlenden Teile, ich habe gehört, dass die Franzosen demnächst liefern können. Die Auslieferungsüberprüfung in Frankreich findet am Montag oder Dienstag statt. Das System fürs Absetzen des Helikopters sollte auch in ein paar Wochen eintreffen. Darf ich da nachfragen? Gestern wurde mir gesagt, dass diese Helikopterteile bereits geliefert worden sind. Warum sagen Sie in ein paar Wochen? Es wurde von Lockheed Martin verschickt und ist eingetroffen. Aber die Teile müssten noch ausgepackt werden. Okay, got it. Sorry, we're slowing here. Wann ist eure Schicht? Um 2 Uhr. Ah, ihr fangt jetzt gleich an. Und wann seid ihr fertig? Wir arbeiten von halb 3 bis abends um 23 Uhr. Und die nächste Schicht? Um 7 Uhr morgen geht es dann weiter. Das nimmt euren ganzen Alltag ein. Ja, das tut's. Danke für eure Arbeit. Das ist wirklich cool. All right. Watch your step. Ich frage mich, wozu die Menschheit solche Projekte braucht. Die Forschung, die der Roboter macht, sobald es auf dem Mars ist, beantwortet die Fragen, welche wir nicht wissen, wie jetzt beantworten würde, Ich versuche über Tausende von Jahren zu beantworten. Die Frage ist, woher das Leben kommt. Das ist eine der Fragen, die wir mit dieser Maschine haben. Wahrscheinlich nicht die ganze Frage, aber ein Teil dieser Fragen beantworten. Und zwar gab es früher Leben auf der Oberfläche des Mars. Das ist eine der wichtigen Fragen der Menschheit. Aber wenn nicht wichtig wäre, wäre der Klimawandel im Moment, dass wir hier mitlesen. Absolut. Wir haben eine Mission angeschaut, wo wir das Klima untersuchen und insbesondere das Wasser auf der Oberfläche, mit dem Wasserstand, aber auch das Windwasser auf der ganzen Erde beobachten. Wir wollen beides machen, nicht nur den Mars, sondern auch die Erde. Umstritten ist die Frage, ob man wirklich Menschen auf den Mars schicken soll. Stand jetzt würde das mehrere 100 Mrd. Fr. kosten. Das dürfte also noch Jahre dauern. Immerhin, der neue Rover soll Erkenntnisse darüber liefern, welche Gefahren und Gesundheitsrisiken es auf dem Mars für Menschen gibt. Luna, komm. Ein nobles Wohngebiet in der Bundesstadt Virginia. Hier wohnen die Zurbuchens. So wie viele hohe Beamte, die im nahegelegenen Washington D.C. arbeiten. Zurbuchensfrau Erin ist Lehrerin und Musikerin. Sie haben zwei Kinder, Lukas und Maria. Thomas sei ein fordernder Vater, sagt seine Frau über ihn. Sie haben die Kinder wieder so erzogen, wie sie das Personal führten. Das wäre eine gute Frage, den Kindern zu stellen. Ich hoffe nicht. Aber sie hat das Gefühl, ja. Es war lustig, als ich von Michigan weggegangen bin. Es standen die Leute, die reden über mich. Und er hat so ein paar Leute gesagt, es ist unglaublich schwierig mit diesem Kind, weil er Lattie nie sein lässt. Und es ist fast schwierig, weil er schniere ich wirklich zufrieden. Das ist wahr. Bin ich wirklich zufrieden? Und dann ist mein Sohn aufgestanden und hat dasselbe gesagt. Ja, das mag ich auch. Wenn ich irgendein Ziel erreicht, komme ich mir hin. Und er sagt, er mir das nächste Ziel. Und das mache ich nicht bewusst. Ehrlich gesagt, das ist so ein Schlag im Magen. Ich meine, tatsächlich ... Natürlich. Tatsächlich merke ich es nicht einmal. Ich bin so gebaunt. Aber ich merkte es nicht, wie sie es mit den Kindern machen. Das haben wir geholfen. Ich habe eine Erinnerung gesagt, sie muss mir helfen. Sie hat gesagt, es ist unglaublich wichtig, dass du einfach nur über das sprichst, was sie gesagt hat, was sie gemacht hat und nicht über etwas anderes. Sanfte Klaviermusik Er hat gerade die Staatsmeisterschaften gewonnen. Im Rudern. Ja, schade, haben wir das nicht filmen können. Es war so toll, ihn gewinnen zu sehen. Bist du der Steuermann? Nein, er ist zu kräftig dafür. Surbuch und Sohn Lukas und Tochter Maria waren nicht sehr begeistert über unsere Filmaufnahmen. Sie tun sich noch etwas schwer damit, dass ihr Vater inzwischen zur Prominenz gehört. Unsere Kinder sind beide sehr ehrgeizig. Aber sie wollen unabhängig sein. Maria hat doch einmal ein ausgezeichnetes Wissenschaftsvideo gemacht zum Thema schwarze Löcher. Und Thomas wollte es auf seinem Twitter-Account veröffentlichen. Maria sagte auf keinen Fall. Sie wollte nicht, dass ihr Video in irgendeiner Art und Weise einen Bezug zu ihrem Vater hatte. Und du hattest das akzeptiert. Die Kinder wollen das Beste erreichen, aber sie wollen es alleine tun. Der Job bringt es mit sich, dass ihr Vater auch an Sonntagen ans Geschäft denken muss. Z.B. wenn Präsident Trump wieder einmal auf Twitter aktiv ist und damit Verwirrung stiftet, so auch im Zusammenhang mit der geplanten Mondmission. Ein Tweet hat gestern unser Leben verändert. Der Tag war viel aufregender, als irgendjemand gedacht hätte. Mit all dem Geld, das wir ausgeben, sollte die NASA nicht darüber sprechen, wieder zum Mond zu gehen. Das haben wir vor 50 Jahren gemacht. Sie sollte sich auf grössere Dinge fokussieren, z.B. auf den Mars. Trump fragte auf einmal, wieso wir wieder auf den Mond wollen. Man solle doch zum Mars. Der Präsident hat diesen Tweet verschickt und ich war gerade in einem Meeting. Und alle fragten, was tun wir jetzt? Es ist ja so, wenn es einen Tweet gibt ... Es ist sofort eine Türe flügt auf und einer sagt, Level-9-Emergency. Genau so mit dem Wort. In solchen Fällen liegt es oft, an Thomas Zurbuchen im amerikanischen Parlament für Klarheit zu sorgen und zu erklären, für was genau die amerikanischen Steuerzahlenden der NASA jährlich über 20 Mrd. Fr. gewähren. Ein paar Tage nach Trumps Tweet ist Zurbuchen bei einer Subkommission des Kongresses vorgeladen. Guten Morgen. Bevor wir beginnen, möchte ich sagen, dass es für mich wirklich eine Freude und eine Ehre ist, diese Subkommission zu leiten. Unsere Investitionen im All und in die Raumfahrt sind Katalysatoren für Wachstum, Entdeckungen und Innovation in Amerika. Aber wir müssen aufpassen, dass die NASA auch beim Kostenmanagement so innovativ ist wie bei den wissenschaftlichen Entdeckungen. Alle nennen mich Dr. C. Es freut mich, heute hier auszusagen. Wir wollen bis ins Jahr 2024 Menschen auf den Mond schicken und von dort bis 2028 eine nachhaltige Präsenz aufbauen. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für die Erforschung des Planeten Mars durch Menschen vor Ort, das ultimative Ziel dieses NASA-Programmes. Bitte fünf Minuten für Herrn Olsen. Danke, Vorsitzende, und ein grosses Texas-Willkommen für unsere Experten. Könnten Sie mir erklären, warum wir zuerst auf den Mond gehen müssen, um schneller auf den Mars zu kommen? Das ist eine wichtige Frage, die Sie stellen. Es gibt einen fundamentalen Unterschied, ob man noch in der Erdumlage ist, oder im Weltall. Das hat zu tun mit der Strahlung dort draussen. Man muss für längere Zeit in diesem Strahlungsumfeld leben können, wenn man auf den Mars will. Und genau das können wir auf der Oberfläche des Mondes üben. Unser ultimatives Ziel ist, von den natürlichen Ressourcen auf dem Mond und dem Mars leben zu können. Wasser z.B. Ressourcen, die eines Tages vielleicht von Firmen abgebaut werden können. Das gäbe neue Geschäftsmodelle. Das ist positiv. Wir würden nicht in den Vereinigten Staaten sein, dem Land, das wir lieben, wenn die Menschen vor uns nicht auch so gedacht hätten. 10, 9 ... And the final seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And lift off of the Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft carrying research seeking to improve human health on Earth and in space. Bei diesem Raketenstart in Florida Anfang Mai hätte auch Thomas Zurbuchen mit vor Ort sein sollen. Und wir mit ihm. Aber das Schicksal wollte es anders. Und wir trafen uns stattdessen wieder in Heiligenschwende. Es war ein trauriger Tag. Am Mittwoch am Abend bekam ich einen Anruf. Es war meine Mutter. Sie sagte den ganzen Tag, sie müsse mit mir reden. Wir haben noch einmal miteinander geredet und zwei Tage später ist sie am Samstag gestorben. Die Mutter hat einer verabschieden, es war einetser Tag. Was meinet ihr, was ihr jetzt müde ist? Ja? Also, ich habe ... Ich weiss, dass sie jetzt mit dem Vater ist, und sie ist eine übertronter im Himmel. Ich bin sicher, dass sie das glaubt. Ich weiss nicht, ich hoffe und glaube, dass sie Rechte hatte. Ich weiss nicht, ob man solche Fragen beantwortet. Der Grund ist, dass ich auf der anderen Seite das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich in die Natur schaue, denke ich, es gibt einen Gott. Aber solche Sachen, die er zu tun hat, mit Erfahrungen, die es überhaupt keinen Beweis gibt, keine Art und Weise, habe ich Zweifel. Es ist nicht so Zweifel, nicht in einem schlechten Sinn. Ich akzeptiere, dass sie das glaubt. Ich bin 100 % sicher, dass es für sie das Richtige passiert ist, dass sie, wie gesagt, beim Vater ist. Genau dort, wo sie will, mit den Leuten, die sie vermisst, mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Tanten. Ich hoffe, dass das genau so ist. Klinge. So, Manfred! Sie ist wieder hier für eine Beäringang. Für die mächtliche Beilege. Danke, danke. Tschau. Hast du das gehört? Also, nicht bevor sie gestorben ist. Sie riefuert zwei Tage vorher. Aber sie hat sie quert, sie wollte nicht nirgendwo. Aber es ist ganz privat, es wird nicht einmal die Anzeige verschicken im Dorf. Ja, aber es ist ja schliesslich, keine Chance zu denken. Früher oder später sind wir alle dran. Wir sind alle dran. Das ist so. Der Vater hat euch gekannt. Ja, gut, gut. Und den Onkel habe ich noch besser gekannt. Der Metzger, der Störer-Metzger war. Der Onkel von ihm, Fritzl. Ja, mit dem bin ich noch viel unterwegs. Der Mä so. Der Musik war auch. Das ist immer so. Ich hatte gerne einen Fest. Die Brüder waren nicht gleich. Mein Vater und sein Bruder. Ja, lustiger war das. Mein Vater war viel ernsthafter. Kann ich überhaupt etwas anbieten? Ich gäbe dich gerne noch ein Glas Wein. Ah, grüß dich. Guten Tag. Guten Tag, ja. Schön, dass wir dich so gesehen haben. Ah, super, ja. Ciao. Tschüss. Danke vielmals. Ich habe noch Karten geschrieben. Das ist wirklich lieb. Dann haben wir heute die Briefkasten. Meine Mutter ist gestorben. Ja, das ist lieb. Das ist lieb, ja. Thomas, Gesundheit, ja. Seine Karriere haben wir zu verfolgen? Ja, klar. Wir waren zusammen in der Feuerwehr. Genau, genau. Wir waren im Atemschutz zusammen. Und im Militär natürlich. Nein, im Militär. Du warst dann Funkeroffizier. Ja, und du bist grenadiert. Nein, ich war Infanterin. Infanterin. Aber wir sind zusammen in den BAD-Besuchstag. Oder bist du rein? Ja, das ist so. Ja, das ist so. Wir haben sich alle füreinander interessiert. Ja. Und dann würden wir mal Ehrenbürger. Was brüchst du hier? Ja, ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Das ist noch eine gute Frage. Das ist noch eine gute Frage. Haben wir überhaupt Ehrenbürger? Ich würde mal eh einen geben. Ich verstehe. Aber vielleicht ist halt eben auch, dass Tugend bescheiden hat, ohne Tugend ist. Ich meine, er ist jetzt ein berühmter Mann, der zu Trump kann und für Milliarden-Rakete in der Himmelgeschichte und so weiter. Das ist tiptop, und da kann man stolz sein darauf, dass jemand das von hier kann. Auf der anderen Seite ist es so. Es gibt viele Leute, die tolle Jobs machen. Es sind Korfdokter, die viele Leute zum Leben verhilfen, dass sie noch weiter leben können. Der ist genau gleich viel wert wie er. Es ist interessant, irgendwie so die Kultur in verschiedenen Umgebungen. In der Schweiz ist es so. Mir fällt an, jeder ist gleich. Das ist einfach eine gute Sache. Nichts Negatives darüber zu sagen, jeder ist gleich. Das ist genau so. Und dort, wo ich jetzt wohne, ist es mehr so ein wenig, weil jemand etwas macht, das spektakulär sein soll. Das ist super. Das ist super, ja. Die Leute, die zu einem englischen Ort sind, wenn eben ihre Schulen sind alle genannt, nach ihren Namen. Also ihre Schulen. Und wer war denn das hier, die? Thomas Zurbuchen-Schule. Ja, genau. Okay, okay. Okay? Ich geb meine Schild. Okay, ist besser. And they're. And they're. And they're. And they're here, they're so. . Es ist Sommer in Bern. Zurbuchen ist für mehrere Vorträge in seine ehemalige Uni gekommen. Er trifft dabei auch seinen Bruder Lukas, Chefgärtner in Bern. Er wohnt noch im Elternhaus in Heiligenschwende. Thomas Zurbuchen ist der Mann des Tages in den Berner Zeitungen. Ihr habt es gesehen? Ja, ich habe es geschickt in die Familie. Ja, er hat mir es geschickt in die Familie. Er hat gesagt, ich darf heute nicht auf den Bus. Und er hat mir gesagt, dass ich den Bus in den Nahhängen habe. Wie ist das für euch? Ihr seid eigentlich als Familie ehren, ein ruhiges Leben gehabt. Vielleicht sogar etwas zurückgezogen. Und jetzt ist der Bruder in den Medien. Und damit auch die ganze Familie in der Geschichte. Das ist eigentlich etwas, das wir schon immer so hatten. Du bist schon immer eigentlich gegen heraus orientiert gewesen. Ich bin eher zurückhaltend gewesen, und so ist es noch heute. Ich will nicht ans Rampenlicht, das gehört immer. Und vielleicht auch ein bisschen Geschichte zu erzählen von früher. Das gehören wir irgendwo am Rand dazu. Aber sonst ist es gut, so wie es ist. Jetzt hat er beide die Elternteile verloren vor den Vater und Müttern vor der Zeit. Schweisst das zusammen, oder ist man zu weit voneinander? Ich meine, das haben wir uns gar noch nicht gesehen, seitdem. Nein, wir haben es nicht gesehen. Wir haben inzwischen eine so Familiegruppe, die wir öppen schreiben. Ah, WhatsApp. Ja, genau. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es ist noch fast zu frisch. Es ist auch für mich ... Ich habe mir das gemerkt, was ich heute Morgen mache. Ich dachte, ich gehe doch schnell auf Heligenschwende. Der Grund war, dass ich immer auf Heligenschwende gehe. Aber der Grund ist, dass ich immer auf Heligenschwende gehe, weil ich wegen der Mutter und dem Vater gehe. Ich sage, ich gehe auf Heligenschwende. Ich sage, du wartest gar nicht mehr dort, du arbeitest. Dann gehe ich eben nicht auf Heligenschwende. Aber das ist der erste Mal, als ich nicht auf Heligenschwende bin, als ich in der Schweiz bin. Bei uns im Haus ist es natürlich schon ruhig geworden. Wir haben jetzt alle gehört, oben rum zu gehen. Das ist schon ein bisschen speziell. Aber jetzt einfach die Wohnung, die Wohnung zu räumen. Es ist ausgeräumt. Ja, fast gar nichts, ja. Über ihre Freikirche und das Familienleben möchte Lukas Zurbuchen lieber nicht vor der Kamera reden. Auch seine beiden Schwestern nicht. Aber ist er vielleicht nicht der, der ist ausgebrochen? Das kann man so nicht sagen. Er hat einfach einen anderen Weg gewählt. Das war seine Entscheidung. Für ihn hat das auch so gestimmt. Ich habe das dort vielleicht etwas anders gesehen. Ich habe immer gehofft, dass der Weg auch gut ist und dass es die Befriedigungen gibt, die du da machst. Das war so. Er ging dann nach Amerika noch viel weiter weg. Plötzlich, als wir in Italien waren, in den Ferien, weiss ich noch ... Da hast du gesagt, jetzt lesen wir den von mir. Ich wusste gar nicht, was das geht. Das war dann das, die Job, die du jetzt hast. Ja, ja. Seine ältere Schwester sagte mir, sie würde dafür beten, dass Thomas wieder den Weg zurück in die religiöse Gemeinschaft finde. Am letzten Vortrag ihres Bruders in Bern ist sie auch dabei. Du bist auf der Kamera. Wie fühlt es sich so? Du siehst? Zoom auf die Kopf. Bist du mit Familie da? Meine Bruder und meine Schwester sind gekommen. Meine Bruder und meine Schwester sind gekommen. Das möchte ich machen. Ich möchte mich im Namen des Bundes ganz herzlich begrüssen zu diesem Bundes im Gespräch. Euch hier im Saal und auch alle, die per Livestream dabei sind. Und wer weiss, vielleicht hören sie heute Abend sogar ein paar unbekannte Wesen im Welthal zu, weil sie aus erster Hand mitbekommen wollen, dass wir Menschen noch so vorhaben mit dem Mond, mit dem Mars und anderen Destinationen. Ein junger Magi in der vordersten Reihe und eine Frage möchte stellen. Also, habt ihr mir einen Tipp, wie ich Astronaut werden kann? Also, ich bin jetzt elfig. Ja, ha, ha. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Bär. Genießen Sie cremige Rezepte mit Bär Camon Bär. Bär, cremiger Genuss seit 1922.